Du kommst zu einem Song von einem ganz besonderen Senat, der Name ist Cem Karate. Der türkische Rockstar aus den 60er, 70er, 80er Jahren hauptsächlich und das Besondere bei ihm ist, er hat auch sieben Jahre in Deutschland gelebt und hat auch hier Musik gemacht und geschrieben und hat viel gewirkt, sozusagen so irgendwie der erste deutsch-türkische Rockstar, der es dann eben gab. Und, ähm, es gibt einen Song von ihm, der heißt, der ist im Decke, wie es ihr schlattet. Übersetzt bedeutet das die Tränen auf dem Bild und es ist ein Song über das Vermissen. Musik Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020